und mein name ist der new yp oder ich bin mit barrio master jetzt geht es weiter ich bin bereit mit kapitel 13 21 das lager wie auch das kisten meinen dran kisten zu zerstören es hat wieder zugenommen und ich weiß was es ja noch gibt was man nicht genau so im leben 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 ja ich kann doch eigentlich abschließen wir bekommen die arbeit ja was haben wir denn hier noch eine maschinen maschinengewehr genau die meint doch versteckt hat sage ich du habe ich habe ja schon einer ich kann sie dir nicht geben ich habe dich geben ja ich brauche kein angehen da habe ich jetzt zwei anweisungen für den partner drücken sie drücken sie nach oben oder unten während sie bgb gedrückt halten bestand hat hier auf dem dokument war ausgefunden ich dachte bei mir kann aber nicht irgendwie ein knopf gedrückt hat dann stehen hier so schicken danken stoppen rufen und so ich dachte ich muss da irgendwie überdrücken aber ich kann einfach ja die in dem sie es markieren und drücken wenn sie für ein objekt geben uns ihren partner zu ballast aber geht ja ich glaube du kannst mich danach fragen er ist ausgekauft bei mir okay dann nicht ich habe ja schon die ganzen ich weiß nicht ob ich alle waffen gefunden habe aber ich habe ja schon eine menge freigestaltet theoretisch könnte ich mir ja kauft wenn ich genug geld haben ja oh gott glaube ich erinnere mich hieran oh ja jetzt ein paar meine dass hier auch hunde sind ja pass auf da willst du nicht weiß ich habe es gesehen oder um kommst du runter da er steht der hat doch ihr abgelebt wir haben armen brüste meines gab es schief mit dafür wenn man irgendwie eine armbus mit messer ab blocken irgendwie voll krass ist wie eine richtige frau so soll es sich vielleicht auch mal heilen also weil es ist eigentlich so geil hast du noch eine heilung ja aber es ist nur ein ding grün ist auch ein was dann bin ich sowieso mit einem schlag noch so wie ich habe hier weg glaube ich aber hier ist noch ein grünes so jetzt erst mal so lange war eigentlich mein name beinahe aneinander sind auch jetzt noch eine menge weil ich dann ja schon ich habe es gesehen keine sorgen und ganze maschinen ja maschinengewehr und kann hatte ich auch mit ich glaube ich bin voll ich habe noch einen platz ich habe meine dabei ja heute da oben auch jetzt nicht nachgeguckt ob es hat die taste würde ich nachladen naja legt noch ein bisschen position das wissen wir da hochgekommen ja da war nur das gute kraut was ich dir gegeben habe aus dem weg darum ist ich war mal legen bist du da oben bist du ja ich warum ist so ein armbost schütze habe ich mir habe ich getötet ich habe ich habe ja auch ein bisschen den schritt geschossen ich weiß ich drücke auf die falsche taste ich wollte nachladen das schrotgewehr muss ist für dich oder wenn ihr nur so so kann man stampfen und spießen und ja so wird ein eindruck draußen ja wobei wir werden ja genau kommt da irgendwie irgendwie so so eine dumme idee wer möchte nach dem partner sagen okay okay guten tag der herr hallöchen halt auf da kommt ein dicker ah hunde aua aua du aschloch ja 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 jetzt nicht mehr oh du wählern reif cool schatz der ratten mollotow cocktail auf den hund geworfen glaube schon böses hundi der ist kein guter odi gewesen da oben ist er ja aber erstmal erstmal schlecht scheitern ich habe den pfeil mit dem schotgewehr weggeballert sagte dazu jetzt ist er oder gefallen wie eine heißt wie eine kartoffel hast du gerade und bitte mit der schrotflinte getötet ja cool irgendwie macht aber ich hab ja immer noch ja am liegen ist der ist tot der steht nicht mehr auf normalerweise lösen die sich einmal auf oder weiß ich weiß dass ich das nervös macht hilfe mal geht doch hat dazu lang gedauert wird so groß und stark dachte du schaffst dann alleine mann ich hab das steroide in mir aber trotzdem ich kann nicht alles auch kommen wir das mal mit einem grünen ein heimens mal bitte oh ja ja much appreciated thanks come on mhm ne irgendwas sagt mir dass man doch lieber auf die fester schießen möchte hier hier ah winzer ja so ein wenig aber sind wir tot ja okay nochmal ich kann ich können zu mir so kaufen so verwalten mp5 mal als ein schrot gewählt auf ja entfernen hätte ich da rein oh schätze 1000 er kommt verkaufen weg damit verbessern wo die mp5 ist stärker macht auch mehr feuerkraft ich kann sie eh nicht vermissen aber ich bleibe erstmal bei der hier okay let's go ich glaube du musst das gute kraut wieder ein so ich habe jetzt auch eine schriftlinie diesmal nicht ich glaube wir können auch nicht wieder zurück springen so kommen wir nicht gleich so ich habe auch kaum noch bis tot position er kommt direkt mit dem schritt geschossen ich kann das eigentlich wagen schritt geschossen das ist an den abgeprallt ich schieße mir den schritt ein schritt schiefen kein schritt schießen schießt nein weil er eben noch das knie das besser jetzt nicht mehr jetzt gehen weg ich habe jetzt auch eine schrode schrubwinter ich hatte auch ich hatte auch keine position mehr dafür ich habe jetzt noch 25 schuss mit mit der pistole nimmt das karton und das ich dachte der karton wurde runterfallen das wäre lustig geworden ok checkpoint wahrscheinlich er da kommen wir ich mach das pedo wo die aus aus rudy ganz böser rudy okay wait wait follow me okay mit kommen wenn das spiel das spiel vom wort ist hier so das ist auch so dass du machst eine anspielung an ort ich war das spielklasse es hat mich die angesprochen okay an die arbeit mein gott und so viel kurs ab hier aber noch ein ruby wir haben noch nicht gemacht was zum ok bsa waffen du machst das schon naja jetzt kommt er echt noch ein zweiter parasit raus ich weiß nicht ob ich den kaffee aber ist hier gut aus das ist in jedem fall getroffen warte moment natürlich noch ein letztes war eine kuh im verschwende mann mittagessen ich glaube hier gibt es gleich wieder ein bisschen mehr ab ja da war schon was gesehen darin schon was hallo hallo geht sie gut noch mehr pistolen man kann nie genug davon haben ich meine es ist immer noch resident evil den katz sind sie die ganze zeit rumlaufen da müssen wir mächtig werden ja ich glaube im wasser ist eine menge irgendwie versteckt das war mal nachbauen ich hatte ich habe ein bisschen gold gefunden da läuft sie im wasser rum ich habe bei meinem bade anzug vergessen ja das ist ja selbstverständlich ich war was denkst du denn warum ich immer so gut rieche wir brauchen einen schlüssel wir brauchen einen schlüssel ganz leute ich sehe die ganze leute aber ja auch und ich habe mir an die karte sagt was drin ist doch irgendwann kann also cool wissen du überhaupt sehe ich gar nicht dahin bist du gesteigte ich steig den maufsbach so geht es in das gebäude und ich dort darüber prüfen ich glaube wir müssen allein bei mir ist die karte am linken ja wenn ich jetzt nur ein ding trefft der nette bude das wie game awards angesehen ich habe sie leider verpasst ja ich auch nicht haben wir so ein paar spieler so gesehen ich weiß dass elden ring auf jeden fall gewonnen hat dieses jahre ist das noch ein rotes kauter draußen da ist was wir sind grundsprecher von ihr kathos das gott war hat irgendwie in der ward gewohnt ja 7 look und look oder eigert genau nein das herabfallen des schlüssels hat die vor der angelockt wie ist das wirklich wir sind hier der dick ist im weg ich habe die gegen die leiche da oben geschossen vielleicht auch beim tanzen auch keine moni und mal etwas pistolen money nachladen da war ich ja leider auch nicht mehr so viel oder welche problem ja das ist der dicke oh mein gott da da bist du schon wieder draußen ja ich schaue ich mir hier ein bisschen um dann ist das schatz wo wir kommen wir ein müssen ihre schätze ist eh gar nicht hier auf dem markt eine karte oder irgendwie sowas und da muss man ja irgendwie über klettern ich habe es gegeben okay ja das ist mal gucken ob man da ein paar nass dann kommt obwohl ich bin mir nicht sicher ich habe die abgabe da rein ja der ist tot ok hat geklappt hat irgendwie funktioniert was haben wir gewonnen der hafen schlüssel wurde benutzt ja das hat die tür auf das sind die tür offen da ja warum machen ich hatte ich hatte gerade den spaß meines lebens und dann mal los ja ich bin meinst wasser aber ich möchte auch ins wasser und der weg gefunden sehr gut ne 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 ich habe keine schrumpfletten munition mehr und ich habe auch kaum auf das ton munition und mg munition habe ich auch nicht mehr also hat mich alles am in raketen werfen ballert ich kann mich nicht das ist ein emblem aber ich habe keine moni und ich will nicht mit dem schotgewerder abballern jetzt nicht mit dem schotgewerder in ballern erledigt nein aber direkt noch ein bisschen gold gegen die wand hier ist mg munition auch gott kann gerade nicht mit beschäftigt war und hatten ja ja ich habe so eine riesige explosion gesehen wenn ich auf unserer seite ja der ist auf unserer seite der friendly feuer an es war sie nicht der typ genauso wie der da ist besoffen mit macht gewährmonitionen haben wir noch gar nicht doch wer mission ist für schrottwinte ich habe gesprokt über hier mal ein paar gewehr position ach so kann es mir jetzt die auch ich weiß wieso bei 1 ist durch das nehmen wir erst mal die tp position somit mit solchen waffen auf normalerweise um pistole und wir uns einfach also ich bin bedient was waffen angeht was euch jeder anderen einsam ich habe zwei handen können unbedingt platz bildung zeigt nur ein platz 2 oder sind einfach um behauptet ich gehe die finger kriege wir sind ja fällig verschwinde ja vielleicht freue ich den die ganze zeit an nachdem ich abgeschossen hat go 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 das muss ja jetzt auch das ist ja jetzt auch drei munitions typen rumschleppen ja pistole schrotflinte und maschinen mehr aber die pistole die ganz normale pistole kann unglaublich viel munition irgendwann halten die ganze in schritt geschossen dann hier sei gestorben aus bagel am mangel an blut also ich dachte du hast gelacht weil ich irgendwie die tür so reingestürmt ich kann sich mitnehmen ja ich bin voll ich habe kein eventabel dass wir hier durch eine granate abnehmen wir sind bei mir fenster noch intakt so kann ich auch jetzt kann ich auch wieder mit meiner schroth schießen springen die ganze fenster ist bei mir noch ganz ja bei mir ist das kaputt ich muss gleich eines verbinden was ich bin hier noch ein roter woher wäre natürlich besser ja kannst du mir natürlich auch aufgeben kann ich da aus dem 3er kauf machen ich glaube das geht nicht in dem spiel doch das geht das da ich gehen jetzt kann jetzt jetzt habe ich sowieso keinen platz mehr okay oh mein gott oh mein gott die kacke ist ja und dampfen okay kann doch ein bisschen übertreiben ja wenn wir hoch helfen damit ich habe eine gute idee ist weil ich so gut wie gar keine munition ab jetzt kommen die perna zu mir geht weg und grüß den moni mit also war sogar noch nehmen aber doch mollotov cocktail hatte er nicht mehr da natürlich jetzt kommt da wieder so ein scheiß viel raus habe ich alles einsammeln nein ich hab mal das hier nämlich das hier jetzt genau gut ja ich habe ja mein spaß ich sehe ich habe daneben wollte er voll stylisch gerade helfen ich habe gewehr munition gefunden na warte ich komme ein bisschen money für dich mitgebracht ich kann auch keine bringen da kommt sie gerade wunderbar hatte ich gebe dir mal eben geben erst mal ist tauschen oder warte lade nach nachladen und nein dreierdingens kann man nicht machen kann man nicht grün und grün und rot und grün ja und rot und grün ist ja natürlich das weiß ich hast du den schlacht gesehen da jetzt bin ich natürlich ein rotes baut ist klar und zurück habe ich noch eins da ist eine menge heilung mehr ich habe meine ich muss meine granaten einsetzen und wir haben diese komischen sitz paletten die habe ich noch nie gesehen irgendwo gibt es bei uns gar nicht weiß ich dann noch auch keinst mir mitnehmen ich auch nicht ich habe gerade ein grünes mit grünes und dafür könnt ihr jeden fall irgendwie so eine folge machen noch am anfang ja wie gefeinert ein bisschen länger wird ja also das wird hier auf jeden fall etwas länges bricht der sich bewegt hat das gesehen hättest aber ich würde gerne rote kauf mitnehmen aber ich habe auch keinen platz warte mal dass mich war irgendwann erledigen meine granate ja vielleicht meine werfen aber okay ich habe jetzt zum ersten platz hier schon wieder eine neue granate ich sehe schon vorher noch ein nächstes let's play ich sehe schon vor mir auch mal jetzt jetzt habe ich natürlich kein platz mehr für die handgranate hatte ich nehme da ist auch noch eine war irgendwo musst du mich glaube ich jetzt hier überschicken andere gebäude da muss ich mich beschützen ich habe keine sniper noch ein grünes kaufmann ist man gleich mitnehmen jemanden wir können gleich hier noch ein bisschen da bist du irgendwie an das grüne kraut kommen könnte ich ja auch noch so was machen und da muss ich ja machen wo muss ich überhaupt sehen obwohl es und wer ist eigentlich paul das mit carsten los da ich glaube nicht darum ist wir jetzt ein bisschen beschützen ja ja auch nicht gut ich sehe auch gar nicht richtig ich bin unten ich bin eine ebene unten jetzt also folge in den explosion sie auch gar nicht bewusst wusste nicht weitergehen ich glaube das muss aber denn der mege gegner meine granate gerade nach leider ein ich habe mir jetzt schon nicht auf einmal sehe ja kommt die ganze wo die zu her sie ist von der anderen seite abgeschlossen ich bin jetzt ganz unten irgendwo du musst für mich das schloss öffnen müssen wir hier ist ja vielleicht mal auf der kartkarte da besser das will ich hier das schluss machen alles offen im namen des gesetzes oder sowas in der art und ich glaube ich weiß was jetzt kommt ja okay aber ich will will den unbedingt besiegen der jetzt gleich kommt damit müssen wir sogar gar keine monik was auch für gewehr aber dann brauchst du gewähren position also schrubgewehr position jetzt mal ein bisschen bluten so viel los mehr objekt mehr item management als andere das gefühl war das alte management das war das beste da hast du halt zum koffer wohl halt das alles so schön sortieren konnte ist ja ja wenn ich glaube ich bin schon mal gesehen das ist super da oben das kauf habe ich mitgenommen ich habe so schön kombiniert schon ein schritt weiter dann gehen wir vor warum muss ich ja ich weiß was jetzt gleich kommt und zwar hallo mister singtyp da gehen wir mal ein bisschen auf abstand und da kommt schon einige leute ein aber zu weit ein aber zu weit aber zu weit und dann und er ist soweit der zeit vor der verlaufen mit dem garten gar nicht mal so schlimm wie den aus teil 4 hat er kommen hier ist noch ein schönes pass planänderung das kommt auf mich jetzt geht er wieder auf mich habe nur noch gewehrmunition also ein stück fest ich glaube der typ war zu viel ich habe nur noch ein sniper gewerch ich sehe nicht was dreck vor mir passiert hat der gott genau getroffen nein ich muss nachladen der voll ins gesicht schließen da muss ich nachladen so ich werde mal eigentlich nicht gut ausgerüstet aber ich habe überall position drin sonst würde ich das ja upgraden wird mal feuerkraft verbessern kapazität ja genau und es dann hätte ich gerne die kapazität meiner schmutzlinter und 3,6 auf 3,3 also ich bin bereit hat man sich da oben das elektro dingen ja da kann man auch abschließen ich noch mal so sagen ok da locker immer raus am besten ja irgendwie kann man glaube ich ausgibt ich kann nicht also muss man weiter und sagt und jetzt ins gesicht und dann in der nächste ich habe ja schon gemacht wenn sie nämlich nicht gerührt meine ganate da gerade mehr oder ist doch so dass er noch so fast noch immer hierher irgendwie hängig vor in der aufhebe okay bewegt sich grad bei mir ich schieße gerade okay ich glaube ich aber mir ist ein bisschen am lenken er läuft bei mir die ganze zeit dagegen der wand jetzt war mir hier genau hier bei mir sehen wir nicht aber wir müssen noch mal vom kontrolpunkt laden ich höre ihn aber wenn er den ganz eigenes abenteuer